321 moin und willkommen zurück zu einer weiteren runde adhs hier bei uns auf dem konfi kanal zwei runden zwei runden genau in der nächsten folge gibt es ein anderes spiel und das quatsch hier box art amazon ronkorn ich habe vergessen wie das ding heißt ich bin ich so dumm wieso bin ich so dumm mann wenn du es nie benutzt so ein stück selbst benutze ich noch das stelle kuba dein ernst mal erraten war noch nicht fertig was interessant würde das spiegel zum waschbecken oder seife ja gott die sind alle schlecht man euch wird zu sterben naja da müsst ihr da runter machen weil das ist richtig dumm ich kann auch mal da runter machen es ist ein tier das ist ein fahr also man hat ja auch eine ganz kleine beugung raffa aber wenn das ein penis ist und dann machen wir mal so was ist denn das für eine missgestaltung mit er an zweiter stelle was ist das für michael schumacher ja guck mal was zeichnest du da auch alter das sieht aus wie ein krüppel das sieht aus wie ein hase mit michael schumacher kind ich zeichne du schmuck hä meins hat man bisher immer erkannt du lappen ich mag das köntgenruhe da wirst du einmal kurz abgelenkt guckst du da guckst du einmal nicht hinten da guckst du einmal an sowas ach björn war der schnitzel alter ach die scheiße so ist ne speedrun rund ohje jetzt wirds anspruchsvoll warte 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 warum kick warte 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 das ist nicht italien ihr wachst jetzt davon ok ich kann kein erdkunde ich bin raus Yes bäm erdkunde ich kann kein Erdkunde waaaaat Beste Runde danke mir Juden ah ich brauchte nicht einmal den david sterne was ich war dritter Ich hab doch schon lange gejubelt, bevor du beschrieben hast. Nein, ja, aber ich wusste nicht, dass der Schreiber auch immer irgendwo... Ja, also, ja, ne, der erratet nicht, also der kriegt halt die Punkte, wenn man das schnell erratet. Ja, also der, der malt... Ja, ja, das wusste ich. Ich fand, das ist mir gut gelungen. Ja, das fand ich schlecht. Ja, ich fand's gut. Okay, das seht eher nach was anderem aus, egal. Oh, easy. Was? Ach, was? Hä? Nee, ne? Was ist das? Nee. Portemonnaiea. Oh, das ist doch der... Mensch, aber dafür stolz. Nee, das nicht. Boah, jetzt, 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 der fröhliche Karten. Wie wird's geschrieben? Wie wird's geschrieben? Ich weiß nicht, aber das Ding... Nee, ich hab schon müssen safe. Ja, da, keine Ahnung, wie es geschrieben wird. Hä? Was meinst du da? Hä? Das ist da drin. Ach. Ja. Nice. Oh. Ab unten. Weil ich schreib' Geldbörse und da kommt kein Knapp. Ich hab' auch Geldbörse gehabt. Da kommt kein Knapp? Ja, das Ding sieht aus wie ein Perso, Alter. Ja, es sieht aus wie ein Führerschein, ey. Ja, es sieht aus wie ein Führerschein, ey. Fandest aus wie eine Postkarte. Oh, wie heißen die noch mal? Äh, so. Ah, easy. Warte. Weihnachtsmann, ich hab' dir einen langen Brief geschrieben, lass' dich alle Kinder lieben. Und ich hoff', du liebst auch mich. Ah, nachst du dich? Nö. Ich hab' vergessen, wie die heißen, leider. Biss' ne Hühne gegangen. Ich hab' noch'n Rundin gemeint, der dagegen pisst. So sah's aus wie ein Penis, der Tripper hat und abspritzt. Haltet euch zum Tipp bereit, das wird ihr Pinsen sehen. Find's dir immer gut aus, Junge. Ja. Oh. Fuck off, Alter. Was? Ich bin so schnell im Schreiben und ich war so langsam, das gibt's euch. Ich war gerade aus. Oh, nee. Das ist schön. Ich war der vorletzte, Alter. Arigatomada. Hahaha. Oh, jetzt kommt's. Jetzt, jetzt hat er ein gutes Wort. Ach, nein, das kann ich nicht malen. Ah, guck mal, ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Na, er hat was Gutes bekommen, ey. Jetzt, was? Hahaha. Kind. Er hat ein Kind bekommen. Oh, das wird so schlimm. Blutwurst. Das ist ein Tampon, oder? Das ist eine rote Möhre, oder? Ist das ein Arm und eine Hand? Oh, Gott. Ist das ein Tier? Ist das ein Tier? Ist das ein Tier? Ist das eine Kreuzung aus Tier mit menschlichem Kopf? Hä? Ich hab die einfach. Gibt einen Daumen. Hahaha. Hier, Dingsler. Ich weiß es nur, weil wir das Wort schon mal vorher gespielt hatten. Deswegen. Das ist egal. Sieht aus wie eine rote Möhre auf Beinen. Ja. Was? Jetzt müsst ihr's aber doch wissen. Hä? Lass dir mal überlegen. Oh, es tut mir leid. Ne, also, alles gut, Jungs. Zwei haben's erraten. Das sag ich dir mal. Spongebob daneben. Hummel! Hummel, ich hab auch. Nein! Was? Die Leute schreiben Hummel. Hummel. Oh Gott, so Zangenrand. Was ist denn das für ein... Alter. Ich war noch nicht so weit. Die Zeit war so schnell vorbei. Oh Mann, was ist denn das für ein Hass hier? Jetzt wird mir hier schon betrogen, dass man nicht gewinnt, ey. Hä? Was? Ich hab's... Ich hab's versucht. Ich hätte auch Journalist nehmen können. Ja, nimm doch, Jordan. Ja. Ja, dann hätte ich Marcel Reif gemeint und keiner hätte es gewusst außer Sub. Natürlich. Äh... Berglandschaft. Wie wird denn der geschrieben? Ich denke, von welchen Berg du meinst? Oh, Raffa, mach mir nicht alles nach, ey. Ey, die Mondlandung war eigentlich schneller. Mondlandung, Mondlandung. Ist so laut, ist so laut. Äh... Oh Mann, super schneller als ich. Ja, 2 zu 1. Ja. Hier sollen die Leute noch brauchen. Da hab ich auch ein bisschen gedauert, ey. Da muss man auch sehr kreativ sein, um darauf zu kommen. Ja, das ist eigentlich nicht, aber... Das ist ja... Nö, nö. Sehr interessant gemalt. Ja. Ja, es ist einzig, wie ich mir dachte, wie ich das schaffen kann, ja. Und dann, ähm... Ich weiß nicht, ob es das Rote jetzt besser gemacht hat. Nö, das ist nur die Flagge. Die Flagge ist unwichtig. Aber ich mach's jetzt noch aus Detail. Ach... Raumanzug. Originalgetreuer Raumanzug. Ja, es sieht doch voll wie ein Raumanzug aus, ne? Ja. Da kommt zwar noch die Arme und beide, und sind zwar im Weltall, aber das... Wieso hab ich das Scheiß-Mall-Ausfüll-Dings am Anfang ausgewählt. Egal. Tumor. Am Anfang. Und dann... Die schwarze Sonne. Yes! 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 Ich hatte auch Evolution, ich habe erst überlegt, ob ich die Evolution mache, aber das hätte mir doch keiner erkannt. Rafa, wir sind echt langsam, ey. Der das Blue Teaster machen soll, dann ein Typ einen Hammer oder so und einer der Wu schreit. Ja, ja, Koopa, mach mal, mach mal. Ja, easy. Ich habe mich auch in der Zeit. Wir waren nah dran, Rafa. Wir sind zu langsam, meine ich. Ja, wir sind zu langsam, eindeutig. Also, sorry, aber könnte sein. Konisches Kündo. Ja, guck, hab ich doch schon geschrieben. Ah, 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 wie wird das jetzt geschrieben? Nein, wie wird's geschrieben? Äh, nein! Ja! Rechtschreibking, ey. Oh! Schreibt man das mit Doppel-C? Oh, fuck, ich habe die ganze Zeit close. Ja, ich auch. Oh, man, nein! Das ist immer so schön, wenn alle das Wort wissen, wenn man das schreiben kann. Oh, es wird mit Doppel-C und H geschrieben, jawoll! Ah, fix gegoogelt. Nein, hab ich nicht. Hä, ich habe die Aufnahme. Ihr hattet das ganz am Anfang schon geschrieben, Alter. Ich habe die Aufnahme, da sieht man, dass ich das nicht google. Oh, Gott! Bill. Bist du behindert oder was? Maiskorn. Probier wir mal was, das wird jetzt keiner raten, aber probier wir mal was. Die Form mit der Gurke habe ich auch gesehen, da muss ich dann das größere noch hinbehalten. Oh, Gott, das wird irgendwie verhältlich einfach nur. Das wird so mega hell. Kann nur Texas sein. Ist auch Texas sein. Oh, my ex is live in texas Was? Fett... Le... Was schreibt was? Fettleibigkeit Oh nein! Was soll das denn sein, Alter? Hä? Ist das schon wieder Erdkunde? Hä? Oh! Das ist so easy! Hab ich doch schön geschrieben Hä? Also ich muss sagen, Daniel, dir ist unser Land sehr gut genommen Da wird keiner drauf kommen Ja, Geografie ist ein bisschen... Unser Land ist dir sehr gut gekommen Äh... Deutschland hab ich sofort erkannt, aber... Ich hab keine Ahnung... Silin, was ist denn links von uns? Links oben von uns Was ist denn das Ding zwischen Tschechien und Österreich da? Was ist denn da? Das ist ein Penis Ein Penis, der in uns eindringt Irgendwas Tschechereich Tschechereich Nee, er hat Polen, Tschechien und Österreich gemalt Das hat er gemalt Vielleicht ist das Bayern gewesen Österreich war aber ziemlich groß, dann ziemlich hoch Ja, ist doch egal Nein Wir wollten da hier Ah, Easy Rafa Hamburger Ja, ich war jetzt auch gar nichts Wir kennen uns damit aus, genau Flore ist ab nächste Woche wieder dabei Äh, äh... Win-Ra Was? Win-Ra Ich hab keinen Schimmer Nee, weiß ich auch nicht Anhalter, hallo? Da wär ich nicht drauf gekommen Nee, ne Nee Easy Ich wär auch nicht drauf gekommen Hoch Okay 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 Das war nicht mein Plan Boah, ich mal so oft Bäume, ey Eichhörnchen, jawollsam Wär ein geiler Gäste gewesen, wenn's richtig wäre Mhm Sehr gut, Kopa Ja, was denn? Die Liege-Matte 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 Und da haben wir wieder Sub auf Platz 1, Rafa sogar dritter Nein, Rafa, ein Trick Nicht schlecht, Sub gewinnt zum dritten, meint er da Aber beim nächsten Mal gibt's ein anderes Spiel für euch Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao Ciao Bye